Bei der Lufthansa drohen abermals Streiks. Nach dem jüngsten Ausstand des Bodenpersonals soll nunmehr auch das Kabinenpersonal der Lufthansa und der Lufthansa-Regionalfluggesellschaft Cityline die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft UFO ruft Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter auf, am Dienstag von 4 Uhr bis 23 Uhr alle Abflüge vom Flughafen Frankfurt und am Mittwoch im gleichen Zeitraum alle Abflüge vom Flughafen München zu bestreiten. Nach Angaben der Lufthansa werden voraussichtlich rund 100.000 Passagiere betroffen sein. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 15 Prozent mehr Lohn, 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie und höhere Zulagen. Sie verweist auf den Nettogewinn des Konzerns, der sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt hatte. In den vergangenen Wochen hat es bei der Lufthansa bereits diverse Streiks gegeben. 20 Prozent mehr � greifen. 19 Prozent mehr christliche decenter Untertitel mit Stumbach dinheiro in geregimeisenstemaie und Ruhe last damaged. 20 Prozent mehr ab Transically über